Moin Moin, hier ist wieder euer Orca Evergreen mit einem weiteren Part, Let's run Bulletstorm Ja Ähm Moment, erstmal reinfinden Headset-Kabel ordnen Okay, richtiges Timing Wow Shit Ja, genial Das wollte ich natürlich haben Was machen die Dämmchen da? Ach so Jetzt hab ich's verstanden Das sind ihre Schwachstellen Boah, das sieht ja echt nach Lava oder so aus NMG, das ist ja echt Wer hindert, obwohl die Mutanten gefallen mir Also zum einen, zum anderen auch nicht Sie gefallen mir, weil sie etwas anspruchsvoller sind Sie gefallen mir Nicht, weil sie nicht bluten Und weil sie so hässlich sind Das ist ja echt Extremst gefrisslich, die Mistviecher sind So Ach, er ist daneben gejumpt Torero bin ich hier Und fehlt nur das rote Tuch Ah, wir haben's schon gefunden Ja Na, verdammt Wow Wow, wow, wow Zu viele Wow, wow, wow Fuck it Das sind einfach zu viele Und ich dachte, das wäre Naja Ähm Okay Okay Okay, nochmal von vorne Voodoo-Puppe Komm zu Papa Komm zu Papa Ja, ja gut Da ist Papa Offen Jetzt geht das Chaos wieder los Ich hab immer noch nicht gecheckt, warum die Burnouts heißen So Auf jeden Fall kann man sie auch tot treten So Man kann sie sogar ziemlich gut tot treten Ja Ja Okay Nachladen Das war jetzt mal etwas lustiger Nachladen Und Komm schon Komm zu mir Komm zu mir Ja Perfekt Auch noch mehr erwischt Junge Ach, da hat sie ihn glatt umgehauen Das war sadistisch Das stimmt Das ist ja unfreundlich Was machen wir jetzt hier Ach so Das erklärt einiges Okay Würstchenstand des Todes Ja Sausagefest Würstchenfest Ähm Warum zu viel, um sie alle zu töten Ja Okay Ich weiß warum Ich weiß warum Ich bin weg Boah, Junge Boah, Junge Vertigo Okay, dann laufen wir Wow Das ist nur einer Vertigo Ähm Mein Gott, ey Flieg Mist Vieh So, den lassen wir einfach Laufen Ist er unten? Ja So, warum ist er durch diesen kleinen Klops jetzt gestorben? Ah Okay Okay, das wäre gut Hehehe Die übernehmen das auch nicht Oh ja Genial Schmerz So Ich trete euch jetzt alle dagegen Genau Noch hier hin Wow Ich muss aber aufpassen, dass ich da selbst nicht reinkomme Das wäre fatal Aber so Warum heißt das Sucker? Höra Oh, der ist mir zu groß Der ist zu groß Der ist zu groß Hm Die gute Frage ist Wie kriegt man den Tod? Ähm Schlecht Ich bin das, Elisa Nein BAM Achso, okay Nicht hinten rein, sondern vorne So Jetzt ballern wir noch ein bisschen drauf So Bisschen wenig Muni Und vor allem Ja, okay, dann setze ich mal den Charge da weiter für ein Okay, noch einmal, noch einmal Jetzt Ja Big Cheese auch noch Oh, Junge Das war schon etwas heftiger Hier ist noch das, was übrig geblieben ist Nicht so lecker Uhu, Treppen runterrutschen Ja, da krachten Gebäude zusammen Das wird auf jeden Fall noch lustig Ich habe in einem anderen Trailer auch noch einen T-Rex gesehen Den man, glaube ich, sogar bekämpfen muss Mal sehen In dem habe ich gerade keine Lust dazu, auf einen T-Rex zu treffen Aber Das kann man sich nicht immer aussuchen So Ah, okay Act 5, Chapter 3 Das sieht nach General Serrano aus Dem kleinen Pisskind Äh, dem großen Arschloch Dem ich hoffentlich gleich in den Hintertreten werde Ja Ähm, ja Jetzt ist das ja noch stehen geblieben Ah, wie praktisch Direkten Ausstieg Oh Mann Auch richtig gut gemacht hier Genau so wie das hier Das ist ja wohl auch Hammer Äh, ja Ja, wir versuchen jetzt mal Beziehungsweise ich versuche jetzt mal Oh, ja Ein bisschen Ähm Also erstmal kurz was Ja genau Ein bisschen mit dieser Waffenmehrung zu eiern Ja, ich hab's doch gesehen Oh mein Gott Ach, verflucht Das hat gar nicht an ihm geklebt Ja, komm Ey, was macht der da? So, verzieh dich Okay Mein Field Mein Field ist besser als gar nichts Aber auch irgendwie nicht gut Ja, ha Da wunderst du dich, ne? Flieg Arschloch Was haben wir hier? Bäm Ja Ja Da ist aber nichts mehr wohl Da du nicht stecken kannst Idiot Was ist das denn jetzt? Oh 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 Dammit Halt mich runter Wir brauchen nicht mehr Ja, aber Das macht nicht, dass sie richtig Es war nicht zu lange Ich bin Okay, Ishi Sitze weg Und was hat sie? Ein bisschen Schmerzen. Schmerzen. Ja, ich kann das alles tun, um zu töten, die Schmerzen zu töten. Warum? Der Hügel auf den Hügel. Mehr Hügel als du glaubst. Von dir. Du hast eine Band von Schmerzen zu töten, die Kinder zu töten. Das ist das Serrano gesagt. Also, was? Ich bin ein Mutiner von Piraten? Du kennst warum, die Echowel zuerst hat Serrano? Serrano versucht, uns zu tun, um ein bisschen schmerzen zu tun. Wir versuchen, uns zu töten, um zu töten. Politische Rivalen. Reporters. Ich weiß nicht, dass es ist. Was hast du gesagt? Reporters? Du sagst, Serrano hat die Reporters zu töten? Ja, zumindest einen, den ich weiß. Ein Mann namens Novak. Bullshit! Wie wirst du das wissen? Novak? Was, du kennst ihn? Mein Vater wurde zu töten von Separatisten. Die ganze Grunde, die ich in den Korps war, war, um den Separatisten zu töten, die ihn zu töten. Wenn du das gemacht hast, wenn du das gemacht hast, sagst mir gleich jetzt! Ich weiß nicht, wer die Arbeit gemacht hat. Aber Serrano wurde es. Du bist ein verdammt verdammt! Wie würde ich noch den Namen Novak wissen? Wir haben alle Fälle von Serrano. Ihr altes Mann. Das war eine der Grunde, die wir von Serrano verletzten. Wenn du leidest, werde ich deinen verdammt verdammt. Wenn du leidest, versuche ich dir Gott, ich werde dich töten. Lass, schmerzhaft! Du wirst wünschen, dass du in diesem Fall sterben hast! Ah, sexy Aussage. Hm. Äh, ja. Wir wissen ja jetzt mittlerweile alle, dass wir selbst, also sprich der Hauptcharakter, den Typen getötet hat. Und blablablub. Aber das kommt vielleicht im nächsten Part. Also, bis dahin. Ciao! Von Dag Déb accentaiert! Tschau! Es ist alles gut.